Ich habe immer noch die Hoffnung, dass da dann irgendwas passiert. Dieses Hochkatapultieren funktioniert irgendwie absolut nicht. Ich bin zu langer, wir müssen die Schalter früher aktivieren. Ist viel zu kurz aktiv. Ich bin Hund und Dash einfach durch. Andere Taste. Ja, ich habe das noch nie gemacht mit dem. Mach du das doch und bleib mit dem Fettsack einfach stehen. Jesus. Komm nicht auf anzukacken, ich kann auch nichts mit das behinderte Level. Soll ich dich mal ankacken, Junge? Ja, aber bitte vorher schön mit Chili essen. Ich kack dich gleich mal an, Alter. So richtig hart ins Gesicht. Ich habe keine Lust mehr, dieser Hund hier. Der ist an allem schuld. Irgendwie sind alle an allem schuld. Ja, du bist zu groß. Ach, man kürzt dir immer die Beine. Er hat ja gar keine Beine mehr. Ist egal. Jetzt komm her und furzt. Hallo, furz doch nochmal. Keine Ahnung, er hat gerade nicht gefurzt. Ich weiß nicht, warum er nicht gefurzt hat. Wenn es darauf ankommt, kannst du nicht furzen. Aber sonst die ganze Zeit, ne? Alter. Er furzt mich hier die ganze Zeit zu. Aber wenn es darauf ankommt, wenn er sein Leben furzen muss, dann geht es wieder nicht. Ich habe keine Lust mehr. Nein, oh die! Du scheiß Köter, bleib halt doch stehen! Das spulen wir hier vor. Ich weiß halt echt nicht, wie man das so zwei vernünftig schaffen soll. Was? Wieso wurde der zerquetscht? Das eine Ding war oben, das andere war noch unten. Das ist physikalisch nicht mal möglich. Boah, ich habe keinen Bock mehr auf die Behinder, das scheiße. Aber ich mache hier den Rage-Quint, ne? Wie quittet das noch keiner? Hä? Hund. Rainy. Er ist in den Hund schnell! Hund springen und lauf! Du hast den Hund! Nein, ich habe den doch... Du hattest... Ich hatte Rainy! Ich konnte den Hund nicht nehmen! Du hattest den! Lass mich mal den dicken machen! Okay, dann mache ich die beiden kleinen wieder. Au! Ja, bleibh! Ich muss aufs Klo! Ich muss aufs Klo! Schau mal einen. Du... Ich weiß nicht! Da machen Schokolade... Ich weiß, ich habe falsch gestanden, das tut mir leid... jetzt schon hoch mit dem hund jetzt das hat zu lang gedauert der kann nicht so hoch hüpfen das habe ich doch eben auch geschafft der kann gleich mal bis da hüpfen deine eizelle kann gleich mal bis da hüpfen aber das ist natürlich auch eine idee wir schauen was funktioniert jetzt schnell mit dem hund was tust du da? ja mann lass mir doch die eier kraulen warte mal gerade, wir wissen warum wir alles brauchen eventuell nur den dicken quasi na da brauchen wir aber nur für den pokal den andern tschuldigung au oh mein Gott oh mein Gott nein nein okay das ding kommt uns also weiter hinterher wir haben so keine zeit zu verschrauben ich wollte den pokal versuchen das zu gehen ist okay wir müssen den schalter einfach nur aktivieren und auf diese pläne drauf der dicke muss gar nicht springen ich habe das richtig gesehen ja glück gehabt junger man scheiße das muss vorher schon passieren ja wenn wir den schalter zu früh drücken kommen wir nicht drauf ist das kabel in ruhe nein das ist mein kabel ich möchte mit dem kabel schmusen ich möchte aber nicht mit dem kabel schmusen siehst du wenn ich nicht mit dem kabel schmusen darf das sieht aus aus dem hund da oben nicht brauchen würden ich habe nicht mit dem kabel sch Rex ich kann den hier wer ist jetzt wer ich bin der hier ok okay ok 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 Wie macht man diese komische Kugel? Nein, bleib hier! Bleib einfach hier, das schaffen wir nicht. Du musst es dann durchlaufen. Ich würde dieses Level jetzt einfach nur fertig haben. Du gehst jetzt nach links, ich geh nach rechts. Das schaffst du nicht. Ne, schau wieder nicht. Du willst das Level einfach nur fertig haben, dann holst du doch einen Bähner im Pokal. Ja, das wäre gegangen! Gott, ey! Wir kriegen uns gleich gegenseitig an den Kopf und bringen uns noch rum. Ja, kriegt vielleicht nichts zu essen mehr. Oh. Ich bin zu weit geflogen. Da ist ein fucking Hebel, den du aktivierst. Ich weiß, ich wollte nicht aktivieren, aber er ist zu weit geflogen. Es tut mir leid. Dein Arsch fliegt gleich zu weit. Lass die scheiß Plinse bei mir. Finger weg von der Plinse, du Pflanze. Ich furze jetzt. Na, was machst du denn? Ich bin hoch geflogen. Du hast das Einzige unten gestanden. Warum läufst du denn nicht? Das hilft dir nicht, weil du bist nicht schnell genug. Wir kommen beide nicht durch. Wir müssen beide durchkommen. Wenn einer von uns nicht durchkommt, sind wir tot. Ganz einfache Regel. Da brauche ich auch nicht laufen, wenn du nicht mitgekommen bist. Deine Pussy ist gleich tot. Ich habe keine Katze. Ich habe einen Hund. Ich gehe doch nicht von der Pussy. Schau wieder zu knapp. Close. So bist du soweit. Nicht furze mich jetzt hier nicht tot. Okay, wir brauchen also alle drei, wenn wir die Pokale hätten holen wollen. Aber ansonsten. Das kannst du schnell gar nicht wechseln. Hier hinten muss er dicke hüpfen. Hä? Ach, der ist ja erst hier, der diese Spiele machen kann. Soll ich das nicht mehr machen? Du hast dich gerade gelasert, oder? Ich glaube, ja. Möchtest du nicht einfach für den kleinen Grün nehmen, bei dem wasser wieder gespielt wird? Ja. Das darfst du nicht machen, wenn das da vorne ist. Das muss also wahrscheinlich die Dinger da unten rein. Ich weiß nicht, wie die aufgehen sollen. Ich spiele nochmal vielleicht dann. Ah, okay. Das Ding wechselt. Achtest du eigentlich auf das Ding ist? Ja, tu ich. Ja, aber das wechselt zu schnell. Alter. Mach du mal dieses komische Beispiel da. Ja, mach ich ja auch. Lass mich nicht von abhalten. Hä? Das ist der Rote da oben so. Und der Grüne nochmal. Ah, ich muss da irgendwie... Warte mal, ich muss da Feuer irgendwie hoch. Sobald das Rote ein Stück raus ist, muss ich mal gucken, ob ich das da hochwerfen kann. Ey! Zu langsam. Mach das bitte! Ach komm schon! Oh, jetzt aber. Warte, ich muss erstmal jetzt rüberkommen. So. Bleib mal hier drauf stehen. Jetzt muss das Blaue treffen. Okay, grün. Okay, grün. Alles klar, rot. Ja, ist auch okay. Na schön. Tschüss. Kannst da bleiben. Ach du, ein mächtiger Zirkus. Der Hundi kriegt wieder was. Was? Kann ich ja runter springen, wenn ich den Tod? Vielleicht. Wahrscheinlich ja. Ja. Wollte noch sicher gehen. Darf ich jetzt auch wirklich nicht wissen. Check mir doch einfach nur den Hund da hoch. Der weiß dann was zu tun ist. Okay. Komm da nicht rein, kacke. Der Schmale muss da glaub ich rein. Ah ja. Oh. Abseits komm ich nicht. Das ist jetzt aus. Jetzt komm ich wieder hin. Das ist jetzt der Job für Hundi. Was? Zum Geier. Du brauchst die Kugel. Ja. Ach, ich hätte vorher nach oben. Ja. Ich hätte vorher wieder nach oben gemusst, mein Fehler. Aber dann komme ich da nicht mehr runter für den Pokal. Du musst mit dem Hund noch mal Feuer hoch. Der muss den anbrüllen. Was müsstest du mit dem Hund eigentlich hoch und dir die Kugel eben holen? Ach ja. So. Ähm. Was? Wieso stirbt der Hund bei dem Ding? Du kannst einfach durch die Kugel kommen. Du musst den anbellen. Ja. Wollte ich ja. Aber ich habe das falsche Tasting gedrückt. Nichts. Wollte ich ja. Und dann bist du runter. Mal sehen. Und dann bist du nächt. Ähm. Du hast ja gesehen. dass du da oben dran stirbst. Betty nochmal an. Ah! Ach der Grill! Muss der Dicke irgendwie... Muss erst von der anderen Seite mit dem Dicken kommen, aber... Hä? Nicht! Junge! Und dein Gestrahlen selbst töten die Hände nicht. Was zum Geier! Wieso hat er so wenig Energie gehabt? Du warst zu weit hinten und hast zu viel beim Sprung verbraucht. Wieso? 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 Ich weiß nicht, ob du alleine rüberkommst. Nein, du brauchst mich. You need me. Ich weiß nicht, ob du alleine rüberkommst.